Sind wir soweit? Könnt man bitte in den Nebenräumen ein bisschen Ruhe haben? Dankeschön. Dankeschön da drüben. Hallo, wir drehen hier. Dankeschön. Also, mein Mann war... Naja, mein Mann ist seit 25 Jahren tot. Das geht dir gut. Ich habe ihn einfrieren lassen. Wie ein männliches Schneewittchen in einem Glas sah. So liegt er da. Hier. Leiser. Nein. Im Tod ist Ferdi wieder schöner geworden. Der Tod war für Ferdi nicht unvorteilhaft, das kann nicht jeder von sich sagen. Ich sehe hier keine Blumen. Das muss nicht sein. Hässlichkeit. Muss nicht sein. Ich bin allergisch gegen jede Form von Hässlichkeit. Hässlichkeit ist nicht natürlich. Fragen Sie entschließlich nur BH. Du bist nicht hat. golden.